Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GTA Online! What the fuck, Alter. Es ist mal wieder soweit. Ich flieg hier in die Werbetafel rein. Ja, guck mal hier. Das sieht ja so dramatisch aus, ne? Wer ist das denn da? Michael, oder was? Wo? Schmalz! Schmalzohr ist am Start. Hör mal da, weht man da direkt Wahnsinn hier, ey. Hör mal, da rufen wir den direkt mal weg, mal an da. Boah! Boah, Micha! Ich brenne vor Leidenschaft, du kleiner, kleiner Blum. Was haben wir denn heute? Wir haben einen Waffendeal, ne? Ja, Waffendeal. Ja, herzlich Willkommen, Ladies and Gentlemen! Ja, ist gut, Alter. Ich war voll dringend in meiner Rolle. Ich wollte doch Musical-Darsteller werden, wusste ich. Ja, war wunderschön. So, okay, Mann. Dann müssen wir mal ganz kurz... Ich stelle mal auf alle ein. Warte mal hier. Mischa! Dein Ohr ist wieder am Blubbern. So, okay. Was ist denn hier los, ey? Ey! Okay, wollen wir das? Wir haben wieder eine Mission hier. Nein, ich gesetzt. Was macht denn jetzt? Nehmen Sie mal Platz alle, ja? Konferenz. Oh, verpisst dich runter vom Stuhl. Wir haben jetzt eine Aufgabe hier. Komm! Nehmen Sie bitte Platz, ja? Ey, du... Hier. Vice-Präsident, setze ich. Hier. Denn. Guck mal. Du hast richtig so einen Donald-Trump-Finger, weißt du? Setz dich hin jetzt, Vice-Präsident. Komm! Mit mir meinen Pimmel sehen, ey! Der Beuneloup, Alter. So! Ah! Alle hinsetzen. Wer steht hier noch? Gigant, setz dich hin. Ich habe Popo-Schmerzen. Ich kann nicht. Setz dich hin. Geht nicht. Dann setz dich da hinten auf deinen anderen Stuhl, neben Curry. Nein! Jetzt. So, Leute! Wir haben eine neue Mission. Wir müssen Gunrunning spielen. Gunrunning? Was ist das denn? Wir müssen das spielen. Gesucht! Crew zur Zerschlagung eines bedeutenden Waffendeals und anschließend Lieferung der Ware zu einem Käufer. Bargeld bei Auslieferung. Boah, da unten sind Bilder von Brüsten. Warte mal, gehe ich noch mal ganz kurz da drauf. Meinst du das hier? Was denn? Müssen wir das machen? Hä? Ach, guck mal! Ah, jetzt haben wir direkt drei neue da wieder. Geil, Alter! Nice! Geil, Leute! Das ist ja richtig nice! Wir sind zwar seit 30 Jahren mit der Mission, also zu spät mit der Mission, aber geil. Besser spät als nie, ne? Bitte nicht wieder drei Rad nehmen Curry, bitte. Ja, ne. Und auch nicht das Quad, das ist genauso scheiße. Ich glaube, ich habe nur noch die... Oh. Ich guck mal gerade. Okay. Outward Blazer. Outward Blazer. Weil das ist ein Eski. Kannst du essen mit dem Löffel? Oh, Eski ist, glaube ich, was schön ist. Eine Schlüssel. Okay, warte, Leute. Ich muss mal eben gucken, was mein Eski ist. Okay, ich warte auf euch. Wobei, nö. Das ist ein Rennen, ne? Junge, da kriegst du da eh nix, Alter. Das ist nur wieder Ballerei, Mann. Warte! Ich geh mir jetzt meine verlorenen Geldscheine holen. Hä? Du kriegst doch da nix für. Klar. Nein, kriegst du nicht. Geld hat der Seran doch gesagt. Du kriegst dafür nix, Mann. Also, Frau Traude gar nicht mehr. Der rast da rein in den Tod. Und dann haben wir die Mission verkackt. Toll. Ich werde überleben. Ich bin der nackte Überlebenskünstler. Ich werde mal ein bisschen Gang-Gefühle hier hochbringen, ne? Was ist denn mit dir los? Alles alleine muss er machen. Alles alleine muss er machen! Unfassbar. Unfassbar, der Typ. Ja, Toll, Kevin. Wann ist denn mit dir los, Alter? Da fragen sich viele Menschen. Ja. Luki, weißt du, mein Bro. Hä? Wir gehen durch die Gegend hier, ne? Luki und ich hier schön in der Informationsfahrt. Oh, wir haben vorbeigefahren. Junge, kannst du... Was zum Teufel, Alter? Hä, was machst du denn? So, jetzt aber. Wuhu! Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ne Schande. Oh. Wer in Ziel fährt, der wird übrigens von der Gang ausgeschlossen. Nein, stimmt nicht. Leute, lasst euch nicht einschüchtern. Der Präsident hat gesprochen. Jetzt wartet der wirklich? Ernsthaft, Leute? Wer in Ziel fährt, der wird von der Gang ausgeschlossen. Ihr seid doch wahnsinnig. Ihr seid doch echt wahnsinnig. Ich würd' dich drauf an... Oh, Alter. Okay, Leute, stimmt. Nicht in Ziel fahren, Mann. Gigant, du wirst für ewig gebannt. Du wirst für ewig gebannt, wenn du in Ziel fährst. Wer in Ziel fährt, der kriegt das Todesurteil. Okay. Das gilt auch für nicht. Ah, irgendeiner ist in Ziel gefahren. Toll. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, geht ja schon in die Party ab, Alter. Was ist denn hier los? Ja, moin. Moin. Ich falle erstmal um. Okay, das war's. Leute, Waffen aufnehmen. Zack. Okay, ich hab'n Waffenkoffer. Ja, auch. Ich schaue jetzt einmal mit dem Talten ab. Nein, Mann. Du musst das in den Van bringen. Wann fährt er da mit seinem... Mein Gott, Smiley, Alter. Okay, Leute, wir müssen hier rein. Und die Waffenkoffer hier rein, komm. Sind alle drin? Sind alle drin? Kann man nicht schlafen. Okay, Leute, komm. Warte, ich komm mit Kurier. Brauchen wir die Unterstützung hier. Okay, go, go. Alle zum Van. Komm. Auch an die Seiten drauf. Warte, warte, wir müssen uns alle auf ein Fahrzeug setzen. Kommt alle drauf, hier, Jungs. Komm. Wir müssen die Türen aber zu sein. Ja, mach mal die Tür zu. Äh, es ist Smiley-Zeran. Es geht gar nicht bei dem, oder? Oder geht doch, das geht. Wir müssen doch bei dem gehen eigentlich. Guck mal, das ist... Okay, fahr einfach Kurier. Es geht nicht. Geh, Jungs, komm mit dem Moped. Wir leiten uns so. Komm mir hier durch, ey. Ja. Pfff. Ja. Ein Cargobob war, weil die meine Cargobob? Ach, da kriegen wir noch hin. Wir haben sechs Kilometer, könnte man auch beschleunigen, ne? Der arme Kerl, der macht doch gar nichts. Das hat doch... Da kommt niemand. Aufpassen. feind joni alle auf joni ballert den weg man der will uns töten der will uns töten leute hier ohne töten blauen türke töten bitte normalerweise hat er doch immer mit uns gespielt warum ist er so aggressiv ja man weiß auch niemand millionen die letzte zeit los ist das war exzellenter job wirklich sehr gut die tür zu ihren er war schon eine tür ne jungs das ist gute arbeit die wir hier zeigen sehr sehr gute arbeit die mollis raus alle die hand so aussenkt ist time for mexer mollis erfährten da ich mich ließ fort aus dem leuchtturm die hände alle das mal ist wieder richtig im leuchtturm am starten deswegen sagt ausgeflogen hat niemand gesehen ja es war ja alles klar hier ohne meine ich der fährt einfach 100.000 km h fährt in uns rein sehr trauriger versuch der juni hat versucht uns abzuknallen hast das gesehen ja so ein dricksack ne joni du willst krieg der präsident der biftikis befehlt angriff auf du kannst das ziel johle sitzen oder nicht ja das musste ja sergeant arms machen zeit schon abends bitte einmal juni als absoluten erzwein einstellen der ist fort das fort ok dann werden davon ist er leute ein seran ist hat schnitt arms oder kann das der vice president man juni bitte nehmen sie distanz auf sonst passiert das joni die sich niemals mit dem biftikis an johmann so läuft das ja er schießt raketen was soll die scheiße ey 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 luftraum luftraum bitte mal prüfen einmal mega jump hier johu krass kann man ne war schon sexy jetzt ey ey leute ist aber gefährlich hier leute mann ist aber gefährlich hier smiley bin wieder da hi smiley das sieht doch gut aus das sieht sehr sehr gut aus wir kommen 500 alles gut da vorne ist es da vorne ist es leute ja die mission aber einfach so voll trockener gegenpfannen na 1800 ja hama hama geiler wir waren richtig kohle hey süßer hey süßer ruchschrauber bitte landen falls gaming hat leichte turbulenzen was macht der denn falls gaming bitte landen falls gaming bitte landen landen hey du brauchst doch nicht aussteigen warum steig der aus kannst du ruhig gegen ach falls gaming ey du bist mein lieber du dennis ist alles gut es reicht ok los ernsthaft ihr fliegt ohne mich nein komm jetzt Junge alle rein da was ist jetzt ja weil hast du warum hast du den Trabzon jetzt abgeballert ich weiß auch nicht das ist irgendwie passiert jetzt haben wir wieder einen Feind das gibt es doch nicht oh nein scheiße mein Curry wo ist denn der Trabzon Trabzon ey wir können verhandlungen jetzt ist magma gebunden ey was ist denn jetzt los was ist denn mit ihm schon wieder er hat sich umgebracht eh abknallen und dann passiv modus äußern ok leute wir haben eine neue äh sache was denn wir treffen uns jetzt alle und fahren alle mit dem Traktor kommen sie alle her bitte das ist jetzt ein offizieller Teil der Biftekis einsteigen bitte Curry oder obendrauf stellen vielmehr du bist du ja ich steig ein ok alle drauf ich weiß dass du mir meinen Trecker klauen willst nein bleib stehe oder ich schies den Trecker kaputt krieg mich nicht krieg mich nicht lalalalalala soll ich soll ich soll ich endlich sind nicht den Willfried kaputt machen efficazo weil der ist im Willfried oder der Trecker gehen darf man darauf jetzt komm hallo bist du daheencia oder 60 ok zeigent dass das war dein totes urteil wir wieder aussteigt fuck der police wer fährt denn jetzt ok komm wir machen jetzt den universellen killer tracker ok los falls gaming wie fährst du denn man nee du kannst nicht oben drauf bleiben ok los falls gaming jetzt gib alles ich mach den tracker kaputt boah los komm aua aah ich lieg unterm trecker ala smiley aah smiley aah looky ala geil wie gehts dir warte ey hör auf aah Junge bist du behindert ich brenne ok der ist ja richtig in Gefahr ich brenne smiley als gaming ist echt ein cooler typ ne smiley alle auf smiley man komm ratius hat mich zum tennis eingeladen ja mich auch alle auf smiley los 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 komm wir gehen einfach mal ein tennis spielen komm ich auch ok ihr müsst alle auf smiley gehen man er ist doch schon tot achso ok leute was ist die mit dem ey mit wem mit dir man warum ich so aggressiv der curry nehme ich mal mit aller komm doch nicht rückwärts salto der fetter der fetter mit walter white durch die gegend die alle zum wohnen wir machen alle jetzt ein tritt man kommt aber da könnt ihr draufstehen sogar ja ja alle drauf da kommen komm mal drauf auf die buge da die die kommen alle rein da aber und alle auf die kopf los 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 die kopf mal weg da jetzt hab ich auch einen stern nicht reinfahren ups was war das denn das ähm ähm ja was war das denn man ich lade euch übrigens alle ein kommt mal alle zu meinem kiosk ich hab hier äh was ist denn hier los was passiert denn hier gerade einmal alle bitte zum kiosk kommen zum kiosk guten tag kommen sie bitte alle rein grad waren wir noch biker gang haben irgendwie gefängnisbus überfallen jetzt hat er ein kiosk was hätten sie gerne was hätten sie gerne äh michael ohrensalbe moment ich hole eben ja kondome ok der immer mit seinen kondome der michael ist glaube ich echt ein bisschen äh er hat bock auf sex ne mit männern ey 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 einer nach dem anderen ja ihr darf man Leute ihr lasst das haus jetzt hier ja das war die preiserhöhung wie geil man ey jetzt wird mein kiosk beschädigt ok Leute wir müssen den kiosk halten kommt alle rein scheiße man alle in den kiosk man der kiosk man dann ist der kiosk man ich hab nen kiosk man ich kann nen kiosk an kommt alle rein ey smiley schieß in den kiosk rein what the fuck alter ich bin ich bin ich bin ich bin woller links gegen den Tresen geflogen Alter ey das ist ein Kampjeb wer ist das oh für joni du kleiner vor wie er sich jetzt da wieder ein abobbar ja joni hat ja auch bei gta oft an ne hat er ja auch schon zugegeben ja stimmt ja auf ner Pause letzten hat sich schon gell geheckt ne er hat sich ja entschuldigt er meinte das macht er nicht nochmal ja ja klar ich finde ich auch nicht cool wenn man der mods benutzt Und so in GTA-Lobbys, ne, Yoni? Vor allem in Deathmatches. Ja, das geht doch grad gar nicht, weil die haben ja so ein Patch rausgehauen. Aber der hat mir gesagt, der wartet jetzt drauf, bis so ein neues Tool rauskommt. Und das wird er sich dann wieder erzählen. Okay, tötet alle Yoni. Ah, Yoni! Wer ist denn am Brennen, hä? Du wirst abstürzt, du kleiner Drecksackle. Er hat Chili gegessen, an deinem Jet, Alter. Yoni hat so viel gegessen, halt ab. Er ist abgestürzt, ne? Ne, der fliegt immer noch. War es der Brennung, fliegt immer noch? Alles klar, ey. Ja, das sind halt die Hacks, ne? Das sind die Hacks, Leute. Also geht's wieder in mein Kiosk rein, hier. Aua! Also eben hochgehackt da und es hat jetzt wieder, ne? Zack, zack, zack. Ich geh auch in mein Kiosk rein, da. Komm, ich geh mal in den Kiosk. Ich geh mal in die Bank. Oh, jetzt zu. Der Bank hat geschlossen, Leute. So. Hey, hier steht Moped drin, hinten. Ein Kiosk, oder was? Was macht der Ceran denn da, Alter? Okay, wir treffen uns alle beim Kiosk. Es gibt heute Zigaretten umsonst. Weg da! Ich hab gesagt, weg da, Mann! Hier müssen wir alle aus dem Kiosk rausgehen. Nur Curry und ich dürfen da reingehen. Was ist denn hier los? Ey! Ey, hör auf! Dieser Kiosk, spinnen sie oder was? Mal Curry. Ich räume mal ein bisschen die Regale auf hier. Ja, ich helfe mal ein bisschen. Wie der da in die Regale reinfliegt. Oh, ich bin tot. Ja, das war so nicht geplant, ne? Ja, um Luki, Luki fliegt ganz gechillt mit so einem Probellerflugzeug. Er stand mir mit seiner Wichsbirne im Weg. Der Ohrenschmalz regt sich auf, wenn man... Der Kiosk hat heute Sonderangebote, kommen Sie alle rein? Ach, schon wieder, ey. Boah, da brennt man ja vor Angebotssüchtigkeit, öller. Hicke lauter. Hey? Können wir uns den Kiosk halten, komm her, Curry. Pass auf! Da kommt einer rein! Kann man auch Motorrad kaufen hier. Zugang zu dem Kiosk ist untersagt. Außer für AFG. Da kommt wieder der Wichskopf. So. Das ist gerade so. Curry, er schickt an seinem eigenen Gas, so weißt du. Ja, das passiert öfter. Ja. Das ist bei mir auch so. Ich furze immer und lege mich dann unter die Decke, so weißt du. Ja, so. Boah, geil. Da brauchst du noch eine Heimat. Okay, wir treffen uns alle beim Kiosk. So richtig schön inhalieren. Aua. Okay, alle zum Kiosk jetzt, aber friedlich, okay? Der immer mit seinem Kiosk, Alter. Freundliche Versammlung ist beim Kiosk. Ey, ohne Gewalt. Ihr müsst euch jetzt alle außer Kiosk... Der Kiosk brennt. Okay. Ihr müsst euch jetzt alle... Ihr müsst euch jetzt alle vorm Kiosk versammeln. Aber ein... Der Kiosk brennt, Leute. Ey, hört auf, die Kiosk in den Flammen zu setzen. So. Aber ihr müsst euch alle so nach und nach hier so vorstellen. Anstehen hier, ja? Wir laden einen nach dem anderen rein. Der Kiosk brennt doch gar nicht mehr. So, Curry, komm rein hier. Geht, Smiley, raus. Smiley, raus aus dem Kiosk. Smiley! Geh doch raus! So, Curry, komm rein in den Kiosk. Ja, ich komm gleich. Lasst die Cops in Ruhe, Leute. Falls, gehen wir nicht raus hier. Die Cops eben wegmachen, da, ey. So, Curry, komm rein. Ja, ich bin gleich da, Alter. Ich werde vielleicht ändern hier rum. Ich bin gleich da, Alter. Gleich wieder, Alter. Weißt du, wir haben hier neues Geschäftsmodell und keiner kommt hier hin. Ale, 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 ale. Habt ihr auch Zwiebel? Ja. Der mit seinen Zwiebel, Alter. Könntest du bitte deinen Finger aus meiner Nase nehmen? Habt ihr auch Satespieß? Ja, alles klar. Noch einmal Sate. Aber ihr müsst euch alle hier in einer Reihe vorausstellen. Und wir rufen ein nach anderen rein. Satespieße. Boah, die hätten auch so sehen. Aber der zweite Geschäftsführer ist noch nicht da. Raus dagegen! hier ist halt mal einer raus wir müssen hier den kiosk weiter betreiben also wir haben große ideen große lieferung leute bist du denn bist du denn also wenn ich jetzt keine polizei ja wir tun keine polizei beim kiosk wo bist du denn ich komme jetzt hier die arbeitszeiten haben begonnen lieferung alle lieferungen lieferung lieferung ist da einmal wieder reinkommen macht er denn jetzt und ein lieferung die haben kargob bestellt ja ist neu im sonnangebot nicht in den kiosk gehen wer ist das denn raus sei jetzt lieferung lieferung ja ich komme da nicht raus sonst bin ich tot ich habe eine lieferung leute der kiosk ist im tode gewalt man lieferung das war der kiosk auf liebe und wir würden uns freuen wenn du dann in der nächsten folge von gta online dabei bist gibt es dann natürlich auch in kürze ja macht gut danke und bis zum nächsten mal hier aus los santos machst du denn da hinten links sind wir noch im kargobob ein bisschen mehr tschuss taug euch ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017